Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer Crypto-Dennis mit dem neuesten Crypto-Update. Heute ist der 13.06.2021 und wie Freitag versprochen geht es heute um Bitcoin, um die Bitcoin-Dominanz und den DXY-Dollar-Index. Und da zeige ich euch auch, also speziell auf dem DXY, warum ich das Ganze immer noch sehr bearish sehe. Zusätzlich zu meinen anderen bearishen Dingen, die ihr schon aus den letzten Videos kennt. Die werde ich mal ganz kurz wiederholen, aber das Augenmerk liegt heute auf dem DXY in Bezug auf den Bitcoin. Bleibt also dran. DIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und dann runter poppen würde, wäre das ja hier die Neckline. Wir müssen abwarten, wie die Struktur sich hier gibt. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier nochmal hochgehen und dann runtergehen. Das weiß ich natürlich nicht. Deswegen, ja, wartet man ab. So, gehen wir mal jetzt zum DXY. So, das ist der DXY, der Währungsindex, ja, der Dollarindex. Warum zeige ich den, ja? Wie gesagt, ich bringe den vielleicht alle paar Wochen mal, aber er ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Denn hier, das könnt ihr auch euch selber ergucken, wie er hier runtergegangen ist, ja, haben wir das All-Time-High hier bei 20K gesehen, ja. Das wisst ihr, hier seht ihr oben das Datum hier, etwa in diesem Bereich. So, jetzt der Währungsindex wieder angestiegen, ja. Dann hatten wir hier unseren Höhepunkt, das war in etwa, wo Bitcoin, ja, bei etwa 3.600 Dollar war, ja. Ihr erinnert euch letztes Jahr im März. Und ihr wisst schon, auf was ich hinaus will, ja. Steigt der Dollarindex, fällt der Bitcoin. Natürlich nicht mit jeder Kendall, ja. Aber jetzt vom Verlauf her, seht ihr, ist der Bitcoin hier immer weiter gefallen, ja. Ja, und war dann hier an seinem Höhepunkt, in diesem Bereich. So, jetzt sind wir mit dem Dollarindex wieder gefallen. Und was ist passiert? Neues All-Time-High bei etwa 64K. So, und was bildet er jetzt, unser DXY, unser Währungsindex, ja? Er bildet wahrscheinlich, wahrscheinlich im Moment einen doppelten Boden. Und das ist sehr, aber wirklich sehr bearish für Bitcoin, wenn man die Vergangenheit anguckt. Denn, wird er jetzt steigen? Wenn er jetzt steigen wird, ja, dann ist das hier natürlich die Neckline von diesem Doppelboden. Und dann wäre das das 100%-Ziel, dieses Doppelboden bei 97,5. Und dieses Falling Wedge hätte ein Ziel von 99, beziehungsweise, wenn man den Anfang nimmt, das ist ja das 100%-Ziel, wäre bei 102. Jetzt könnt ihr euch natürlich ausmalen, was mit Bitcoin passieren könnte. Und wir sind noch da unten, ja. Also ist es möglich, also ich, wie gesagt, die 20K sehen wir meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Wenn nicht sogar tiefer. Ich gehe davon aus, wir sind tiefere Preise. Und wenn ich mir das hier angucke, ja, was wir noch vor uns haben wahrscheinlich, so wie das Ganze aussieht, ja? Wenn das zündet, dann ist das mega bearish für die Coins. Ganz klar, ja? Das ist mega bearish für die Coins. Die Leute, die sagen, 500k, eine Million, ja, das ist für mich Humbug. Das ist, wie gesagt, meine Meinung. Ach, wenn ich mir wirklich meine ganzen TAs angucke, dann frage ich mich, wann die, also, wann dieses Jahr die 500k kommen sollen, ja? Oder ob es 300k sind. Jeder, es gibt ja viele Leute mit verschiedenen Meinungen. Ist ja alles okay. Bloß, ich sehe von denen nicht wirklich viel TA. Warum das so sein soll. Das wird einfach als, ja, als Aufhänger genommen. Das heißt, als Clickbait. Und ihr guckt euch das an, ja? Und denkt, oh, super. Ich sehe ein paar andere 30, äh, 30 Dollar. Bei, äh, bei Bitcoin jetzt 500.000 Dollar, ja? Natürlich, jeder hat seine Meinung. Ich, ich respektiere. Also, ich akzeptiere das, dass jeder seine Meinung hat, ja? Aber ich bin halt nicht der Meinung, ja? Weil halt deren TA nicht wirklich, äh, überzeugend ist, ja? Ja, die bringen entweder gar keine TA oder nur eine, wo sie machen, was sie wollen, ja? Und ich bringe euch, ich versuche euch, ähm, TA näher zu bringen, wo ich denke, wo, wo verschiedene Einflüsse auf den Bitcoin einwirken können, ja? Ob es Patterns sind, verschiedene. Oder jetzt hier der DXY zum Beispiel, ja? Und ich denke einfach, wenn das hier zündet, wie gesagt, wenn, ja, er formt im Moment hier noch was, ja? Ja, wenn das hier zündet, dann wird es auf jeden Fall, meiner Meinung nach, sehr, sehr bearish für Bitcoin, ja? Wichtig ist, wenn er jetzt hier hochgeht, ähm, könnte er, wir könnten schon mit diesem Schub nach oben die, äh, die 25, 25k erreichen. Müssen wir nicht, ja? Aber könnte es sein, wenn das hier dann noch weiter zündet, ja, ähm, dann wird es auf jeden Fall kritisch für die Coins. Und, äh, wie gesagt, das hängt nicht an jeder Kendall. Das heißt, wenn es jemanden Dildo nach oben gibt, muss das nicht, äh, Bitcoin hier ein Dildo komplett nach unten machen. Und so ist es nicht. Es ist, es liegt am Verlauf dieses, dieser beiden Charts, ja? Und da sehen wir einen gegengesetzlichen Verlauf. So, das war es zum DXY. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ausführlich das erklären können, das Ganze, ja? Und, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, ja, wie gesagt, es kommt noch gleich die Bitcoin-Dominanz, ja, aber nur ganz kurz, ähm, dann lasst bitte ein Like da. Ja, ist ganz wichtig, ja, dass der, dass der Kanal immer mehr wächst, ja? Wenn es von euch kein Support kommt, dann bleibt das so, wie er ist. Und das wäre, meiner Meinung nach, wäre das sehr schade, ja? Ähm, das war ja dann Teil des mit, mit Freunden, Bekannten oder mit, äh, Trader-Kollegen, wo ihr denkt, ja, der muss das auch sehen. Dann abonniert bitte diesen Kanal und aktiviert vor allem die Glocke. Wir haben das Problem, dass einige sagen, ich bekomme keine Nachricht, obwohl sie abonniert haben. Wichtig ist diese Glocke, ja? Bitte aktivieren, da bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn, äh, ich ein Video hochgeladen habe. Des Weiteren, ähm, des Weiteren könnt ihr hier in diese Telegram-Gruppe kommen. Das ist der Crypto Talk, da können wir uns gegenseitig austauschen. Hier ist meine Telegram-Gruppe Content Only. Die ist, die wird, je nachdem, wie ihr, äh, mit eurem Support mir hilft, ja, werde ich euch helfen mit meiner, mit meiner TA. Ähm, des Weiteren, wenn ihr noch keine Börse habt oder habt vielleicht schon eine Börse dabei, wenn Femex einwechselt, ist überhaupt kein Problem. Meldet euch unter diesen Flet-Links an. Ihr würdet dann die Bull vs. Bears Academy natürlich damit auch unterstützen. Die Registrierung dauert keine 30 Sekunden und Accountwechsel, wie gesagt, ist überhaupt kein Problem. Im Moment gibt es bis zu 1.710 Dollar Bonus bei diesen beiden, ähm, Börsen. So, kommen wir zu Bitcoin-Dominanz jetzt. So, wie gesagt, nur ganz kurz hier, ähm, die Ziele wurden bis zum 0.886er Fibonacci erreicht, ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was er hier weitermacht. Das Ziel dieses, ähm, dieses Descending War and Wedge, weil er jetzt nach unten ausgebrochen ist. Natürlich ist er jetzt wieder drin, aber so genau ist er das Ganze. Nette muss man natürlich aufpassen. Ist er hier auch mit einem Fake-Out raus, ja. Muss man alles, ähm, muss man natürlich drauf achten. Aber wäre hier das 100% bei 29, also etwa bei 30, ist natürlich noch möglich, dass es erreicht wird. Hier haben wir einen starken Support bei etwa 36, ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und er hat natürlich perfekt das 0.886er jetzt angedotzt. Muss man gucken, was er macht. Im Moment sieht es so aus. Er könnte, wie gesagt, muss man natürlich abwarten, er könnte hier einen doppelten Boden erstmal bilden. Mit dem Ziel hier in diesem Bereich, wieder in den 55, 55er Bereich, Entschuldigung. Da könnten natürlich, und da wir, was es könnten, da werden die Alcoins natürlich drunter leiden. Ist ja klar, weil da wieder mehr Kohle in, äh, in Bitcoin fließt. Und das sollte man auf jeden Fall auf den Schirm haben. Für Holdler ist es so, also meiner Meinung nach ist es dann eh wurscht, wenn man, wenn man an einem Projekt interessiert ist. Dann geht's, dann macht man die Wellen natürlich mit, ob hoch oder runter, weil der Markt besteht halt mal als Wellen, ja. Ja, aber für die kurzfristigen Anleger, beziehungsweise für die Trader, passt bitte auf hier. Sollte es hier einen doppelten Boden werden, da werden die Alcoins auf jeden Fall, äh, ja, überwiegend, stark überwiegend, dann, äh, ja, negativ beeinflusst, sagen wir mal so, ja. So, wie gesagt, das war's für heute, das war noch ganz kurz, ja, ähm, mit der Bitcoin-Dominanz. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ich gehe jetzt nämlich bald auch in den Wald, ja. Und wir sehen uns hoffentlich morgen, je nachdem, ob was passiert. Ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt gemerkt, ich mache nicht mehr jeden Tag ein Video. Das hat den Grund, weil wir einfach in einer Seitwärtsphase sind. Was soll ich denn euch da jeden Tag das Gleiche erzählen? Ja, ich denke, äh, es wird auch gut angenommen, ja. Ja, ich habe auch viele Nachrichten bekommen, dass es, äh, gut ist, dass, dass ich nicht nur hier auf Profit oder irgendwas aus bin, ja. Dass man sieht, ähm, dass ich auch daran denke und dass wir uns die Zeit natürlich ersparen, wenn, wenn es überhaupt nichts Neues gibt, ja. Wenn es ein bisschen was Neues gibt, dann werde ich mich auf jeden Fall melden, aber, äh, wenn es wirklich nichts gibt, ja. Ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Video, ich wünsche euch noch, wie gesagt, einen schönen Sonntag, einen sonnigen Sonntag, also bei mir in der, in der Pfalz ist das so und es bleibt auch so jetzt die nächsten Tage. Ja, und dann vielleicht bis morgen. Euer Krupto Dennis von der Bulberspace Academy. Ciao.